Eine sehr actionlastige Mischung aus Rollenspiel und Action-Adventure. Ihr kloppt euch die meiste Zeit durch Gegnerhorden, Rätsel sind eher Mangelware. Das ist aber gar nicht so schlimm, da das Kampf und vor allem das Magiesystem sehr gut von der Hand gehen. Die Story von Fable ist sehr ordentlich und wird durch die Zwischensequenzen wunderbar erzählt. Wirklich hervorragend gelungen sind die spürbaren Unterschiede bei der Entwicklung eures Charakters, je nachdem ob ihr gut oder böse seid. Das ist aber eher ein Stück Evolution statt eine Revolution. Denn auch in Knights of the Old Republic hat sich eure Figur äußerlich verändert. Auch in Morrowind haben die Bewohner der Welt unterschiedlich auf eure Gesinnung reagiert. Weitere Pluspunkte sind Atmosphäre und Technik. Die Grafik von Fable ruckelt zwar zeitweise, bietet aber ein ungemein stimmiges Gesamtbild. Außerdem haben die Entwickler eine glaubwürdige und lebendige Welt erschaffen. Die fantastisch komponierte Musik rundet das gute Gesamtbild ab. Wer von einem Spiel an die Hand genommen werden will, der wird von der kurzen Spielzeit vielleicht etwas enttäuscht sein. Wer dagegen erforschen und ausprobieren möchte, der wird an Fable viele weitere Stunden seine Freude haben. So Leute, ich hoffe der interaktive Test hat euch gefallen. Was sagt denn unser Held dazu? Dir hat es doch auch gefallen, oder? Ja, soll ich weitermachen? Oh, ähm, besser nicht. Also, noch viel Spaß mit dem Rest der DVD und dem Fable Test im Heft.